Berlin, unser Stadt, meine Stadt. Ich habe ihren Zauber eingefangen und ihr einen neuen symphonischen Klang gegeben. Die Berlin-Symphonie. Als wir unser Festival Berlin der 20er Jahre geplant haben, hatten unser Chefdirigent Ivan Fischer und ich gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch einen Bezug zur heutigen Zeit in das heutige Berlin geben, also 100 Jahre Zeitspanne. Und dann haben wir eben ein Auftragswerk gegeben mit einem Titel, was ja nicht ganz unbedingt leicht ist, wenn man sagt, wir wollen eine Berlin-Symphonie als Auftragswerk rausgeben. Die Berlin-Symphonie durchleuchtet assoziativ im Grunde genommen eine Zeitspanne in einer Großstadt, in diesem Fall Berlin, zwischen vier und sechs Uhr morgens. Das ist eine insofern ganz besondere Stunde. Das ist eigentlich die Spiegelung der blauen Stunde am Abend. Das heißt, die Nacht beginnt aufzuhören und der Tag beginnt zu beginnen. Es ist unglaublich anspruchsvoll gearbeitet, auch wenn man sich die Noten anguckt und gleichzeitig gibt es dann Momente, wenn dieser Klimax sich wieder auflöst, dass eine wahnsinnig zarte Melodie eines Saxophons mit reinkommt. Also ich glaube, es schafft heutzutage die zeitgenössische Musik oder der Auftrag es dann erfolgt, wenn man beim ersten Mal hinhören sagt, boah, das finde ich spannend, ich möchte es nochmal hören und nach dem zehnten Mal hören sagt, boah, ich habe so viel Neues noch entdeckt und mir gefällt es jedes Mal mehr. Einer der Hauptimpulse für die Berlin-Sinfonie war, die Stadt für mich neu zu entdecken, neu kennenzulernen. Was dann auch in verschiedene nächtliche Spaziergänge gemündet ist und plötzlich überquerte ein Fuchs die Torstraße und dieses, ja, ich möchte sagen, syriale Element innerhalb einer Urbanität hat bei mir so etwas Befremdliches und trotzdem etwas sehr Vertrautes ausgelöst. Insofern wirkte dieser, dieser eine Blick des Fuchses nachts vier Uhr dreißig, Torstraße kreuzend, als genau die Initialzündung, die ich brauchte, um mit dem Stück anfangen zu kommen. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Das Deutsche Kammerorchester, mit dem ich dann den Lover's Sky Song selbst einstudiert habe, zeichnet sich durch eine Euphorie an der Sache aus. Und da aufgehoben zu sein als Dirigentkomponist in einer Truppe, der es auch ein großes Anliegen ist, dieses Stück oder meine Werke in diesem Fall nun bestmöglich klanglich darzustellen, war nicht nur ein Zufall, sondern eine wunderbare Komplettierung der CD. Einer der wirklichen Hauptimpulse des Lover's Sky Songs waren letzten Endes die Kombination, sehr ungewöhnliche Instrumente. Das heißt, das Stück besteht eigentlich aus einem Trio, Schlagzeug, Ebers, Klavier und einem Streichorchester. Nachdem ich einmal diese Instrumentenkombination für mich entdeckt hatte, war sie im Grunde genommen eine sehr abstrakte, aber ganz besondere assoziative Inspirationsquelle. Es können sich Bilder einstellen, die zwar jedem individuell überlassen sind, obgleich es, sagen wir mal, bei der Berlin-Sinfonie eher ein groß angelegter, vogelperspektivischer Blick auf eine sehr dichte Urbanität hat, wohingegen der Lover's Sky Song mehr das Individuelle oder die Zweisamkeit innerhalb eines urbanen Gefüges klanglich versinnbildlichen soll. Untertitelung des ZDF für funk, 2017